Herzlich Willkommen in der Praxis Dr. Andreas Mayer, Praxis für HNO-Heilkunde und Schlafmedizinischem Zentrum. Damit wir das nächste Mal persönlich miteinander sprechen können, würden wir uns freuen, wenn Sie es während unserer Praxiszeiten erneut versuchen. Diese sind Montag und Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Mittwochs von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Aktuelle Hinweise zu unseren Öffnungszeiten erhalten Sie auch online unter www.schlafmedizin-mayer.de Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.